...Sekunden und Tilman 128 Sekunden. Bei den Senioren oben bist du auf den dritten Platz, Hubert Schepa. Hubert ist schon weg. Rauch zu lang. Du musst so weit fahren, du schnall. Zweiter wurde Tilman Kalt. So geworden hat der Franz Petersen. Zu beachten ist, dass bei oben bist du von 19 Start und 11 Senioren.